Halli, hallo, hallöchen und willkommen zurück im Siphon-Boat, wo wir Epics, Epics spielen. Heute mit der wunderbaren Nadine Aka Eichhörnchen, sag mal hallo. Hi, hallo. Und mit unserem guten alten Drill-Sar, Judd Bing. Hallo. Boah, der Hund schreit, warte. Crazy. Ich habe mir gerade die Loba gekauft und die führe ich jetzt aus auf ein Tänzchen. Ich verwende jetzt meine Dreads als Antenne, weil mir dauernd das Kabel von den Kopfhörern da einhängt. Schau her, Nadine. Wo ist er hier? Da, genau da. Wunderschönes Bandsatz. Wunderschön. Verreitet euch auf die Schlacht vor. Da sind wir meistens allein. Na. Da hast du die Penthouse. Hörs. Schaut aber gut aus, dass keiner kommt. Ja. Aber vor, 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 vor. Out team. Hinter uns. Ja. Schnau was löten. Oh, die hat einen schönen Finisher. Herrlich. Ich bin durch, aber ich bin durch runtergeglitscht, Alter. Während ich die Ulti gemacht habe. Während ich den Finisher gemacht habe, bin ich durch runtergeglitscht. Ja, nice. Habt ihr euch auch was gemacht? Ich brauche auf Hilfe. Danke. Was, Nadine, bist du am Rulen oder was? Ja. Ich gucke das. Über ein Kiel. Ja, klar, klar. Nice. Zuzeln wir. Zuzeln wir in der Drohne. Ich will auch zuzeln. Hm. Da ist noch eine Ewa. Ah, hat sie alle schon. Stufe 2. Wo ist Zahn? Zahn, Zahn, Zahn. Trasti Zahn. Thron. Thron, Zahn. Gute Loot. Gutes Gott. Hab ich schon. Die goldene brauche ich dir. Die ist super fein. Was ist denn mit dir los? Oh Gott, das wird erschreckt mir die Frau. So wie mit der Bangalore. Wo ich den Rauch loslassen hab. Ja, stimmt. So, what the fuck? Ja, aber jetzt hast du geschossen. Weißt du, das ist nochmal was anderes. Du müsstest runter wirst. Da sind wir gestorben letztes Mal. So schier. Ja. Aber da haben wir sehr gute Sachen auch gehabt. Ja, das war die verwirrte Zeit. So, jetzt habe ich eigentlich alles, was ich brauche, glaube ich. Drüben ist nur Loot. Ich brauche es gar nicht ausmachen. Ah, warte, weil ich kann den noch brauchen, bevor ich nichts hab. Loot immer, Gloot, Loot. Da könntest du jetzt dein Stecken aufstellen, eigentlich. Hier ist ein Bogenstern. Du, 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 ne. Mein. Der eine hat einen Kropfen, der hat einen Stecken. Na gut, ich stelle meinen Stecken da jetzt her, okay? Seht euch meine Ware an, Kinder. So, was brauche ich noch? Ich brauche jetzt so ein erweitertes Magazin. Denk dran, wer dich mitgenommen hat. Ich halte dir den Rücken frei. Ein Champion ist gefallen. Du begleitest mich heute nach Hause. Ich brauche dich da einen Schaft. Habe ich schon ein Nocturnschild? Nö, habe ich kein Nocturnschild. Brauche ich ein Nocturnschild. Jeder, der mir am Stream zuschaut, denkt sich wahrscheinlich so, Alter, tu weiter, aber... Und ich scrolle, 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 scrolle. Ich bin wirklich wählerisch. Scrolle, ich mag scrolle-face. Ähm, ein bisschen ringtechnisch, was es gegeben hat. Ich schaue mir die Map an, dann schaue ich mir da ein bisschen rum. Der Rudel schreibt fest im Chat. Ja, pssst, durch. Seht. Der Meister. Ich habe alles gesehen. Er spielt legit. Top, Ronny. Das kommt nah. Na, das war jetzt nicht. Was haben Sie? Na, super. Pass auf. Ah, tack, 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 sie hat sich gesehen. Hinter dem Haus. Nein, ich kann meine Fähigkeiten nicht einsetzen. Moment, ich muss heilen. Ah, fuck, ich wollte mit der Aussie wuppen. Danke, Saatchi. Mach'em, mach'em, mach'em. Oh, Gott. No. Fuck. Fuß. Ja, den habe ich nicht. Wieso bist eigentlich immer du Jumpmaster, Alter? Was ist denn, Nadine? Achso, Eichhörnchen. Ich meine, dann meine ich halt, warum ist eigentlich immer wer anders? Warum immer wer anders ist oder warum nicht wer anders ist? Warum ich nie eigentlich, das ist die Frage. Warum bin ich nie Jumpmaster? Keine Ahnung. Hast du das irgendwie im Battle Pass eingestellt, he? Das könnte sein. Uhu. Uff, da geht's zu. Da werden wir Spaß haben. Uns für Spaß. Dann gehen wir runter. Geh' mal runter, 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 runter. Egal, egal, egal. Ich bin unten. Wenn wer fragt, gell? Maa. Ah, ne, die Foss gehabt. Wo seid ihr? Beide? Ich bin down. Nadine ist auch down. Wie viele sind denn oben? Und? Der finisht mich grad. Ah, ja. Der will mich irgendwie nicht finischen. Ah, mich finischen. Wo ist der, der noch lebt? Wo ist der, der noch lebt? Ah, die haben beide ausgeschaut. Also die sind einfach nur gekrabbelt, oder was? Da haben wir die jetzt aber voll verarscht. Die haben beide ausgeschaut, dass wären sie down. Drum bin ich dann nicht mehr auf die gegangen, weil sie einfach sie hingelegt haben. Ja. Ja. Ja, ich probiere schnell. Da sind... Machen wir einen direkten Vortex. Das haben wir gestern ein paar Mal gemacht, das ist recht cool. Doppelt direkt Vortex. Naja, doppelt Vortex. Also wenn wir durch den Vortex jetzt fliegen, dann gleich nochmal direkt durch den Vortex gehen. Und ja auch nicht stehen bleiben bei der Kisten. Nein, ja auch nicht stehen bleiben. Ja auch nicht stehen bleiben. Das Ganze ist verboten. Und gleich weiter, gleich weiter. Gleich weiter. Ja, nicht stehen bleiben. So, und dann gleich umdrehen und schauen, ob er noch kommt. Okay. Ah, das ist ja spannend, ha? Mhm. Schon der erste Treffer. Das passiert, wenn man zu aufgeregt ist. Ah, da kommt wer. Ja, jetzt bin ich. Du bist sicher gelootet in der Mitte. Nein, 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 nein. Du bist ewig gebraucht. Ja, doch nicht gelootet in der Mitte. Seifenboot. Was ist? Geht schon los? So, andere Map. Du bist Springmeister. Ah, warte. Ach Gott, okay. Ja, oder was? Ähm. Ist das Bunker Hintergrund, oder was? Nö. Oder? Walsbunker, markier schnell. Direkt unter uns. Konzentriert euch auf den Brazen. Aber außerhalb, oder? Ja, geht keiner mit. Nein. Das passt. Passt. Ich muss mich endlich angewöhnen, mit dem Waffenradl Waffen zu wechseln. Das ist furchtbar bescheuert. Ich drücke immer eins, zwei und dann komme ich immer durcheinander. So, Bing Bang Bung. Paff. Bing Bang Bung. Das habe ich schon letztes Mal die ganze Zeit gesagt. Beim letzten Larifari Video. Woher kommt diese Bing Bang Bung Scheiße? Wer sagt immer Bing Bang Bung? Der King gefällt mir besser. Sagst du Bing Bang Bung? Na, oder? Hallo? Ah, Scheiße. Ah, ihr seid ihr da? Nee. Die möchte ich halten. Die möchte ich wegziehen. Stufe 2. Neuer Kill-Spitzenreiter? Interessant. Vielleicht gibt es da lang was Gutes. Da. Passt. Gehen wir da um. Verpiss dich, du. Tür. Das ist mir im Weg. Das ist mir im Weg. Diese Tür ist im Weg. Habt ihr schon alles gelootet da? Ziemlich, ja. Okay. Das sind Ganglern. Juhu. Jungenantrieb in Position. Ich rufe die Kraft der Natur. Oh, ist er. Was ist er? Ich komm von hinten. Ich rufe die Kraft der Natur. Ich rufe die Kraft der Natur. Ich rufe die Kraft der Natur. Das ist aber nur einer irgendwie. Das sind zwei. Nein! Das war am Arschlecken. Schade. Da am Arschlecken. Kommt halt nicht von Schuhe bei mir. Da ist noch einer. Bei mir da. Da. Der geht ins Haus rein. Ins Haus ist reingegangen. Bei mir. Da ist er. Bei mir. Da ist er im Schild. Das gibt es ja nicht, Alter. Kannst du das denn jetzt bitte machen? Was ist denn überhaupt los? Da alle. Ich spiel nie wieder mit dir. Unten im Haus? Genau unter dem Haus drin? Genau da ist er im Haus, ja. Ich hab dir dir zugemacht. Da kommt bald es nicht her. Ja, da hast du ihn. Nach unten. Da hat man. Du, Alti. Schau mal. Der Energie an oder das Leben. Ich brauche dich im Arsch. Ich helfe dir. Ich werde dir die Heildrohne setzen. Ah ja, stimmt. Du kannst ja das. Reif mir mal den Zucker. Leide meine Filter auf. Da ist stark. Stauk. Alter, das war jetzt geil. Aber es hat so ewig dauert. und ich hab schon immer gedacht, dass es jemals passieren wird. Dass du den machst, Alter. Ja, bist du narrisch, aber gescheit knapp. Da sagst du was, Chiller. Wieso kann ich die nicht aufnehmen? Ich hab doch ein R. Was passiert da? Wieso? Die mag ich wegschmeißen. Genauso wie das, den ganzen Trajektor. Das mag ich nehmen. Da mag ich eine schauen und da mag ich die R301 haben. So, geht das jetzt bitte? Da liegt ein Haufen Energie und wenn wer braucht, ich hab Waffen gewechselt. Ich hab's ja da schon alles fertig gelootet. Nein, ich stell dir gerade den Shop her. Boah, was soll ich? Ich loote euch alles weg sonst. Da! Da ist der Shop, Shop, Shop. Shop, 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 Shop. Shop, 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 Shop. Shop. Ah, und harm. Entschuldigung, hab ich jetzt genommen. Also, Entschuldigung. Nein, Entschuldigung. Was ist das? Da ist ich nichts. So. Was brauche ich? Ein Staug. Ein Staug. Ah, das ist Schneidergang. Einmal alles auf das Spitfire. Kann sein, dass da Leute sind, gell? Zeugt da was? Irgendwie. Ja, da sind wir. Jawoll. Jetzt haben wir nicht da. Oh, kommt einer! Heil-Drohne! Wer ist da? Wo ist die Heil-Drohne? Komm einer! Ich brauche Gesundheit. Ich lass kurz nach. Alter, da geht's grad so ab, he! Hast du gemacht jetzt, alle zwei? Ja. Nein, ich war'n, glaube ich, gekriegt. What? Alter, ich bin nur bei der Heil-Furzkacke da gesessen und hab' gewartet, dass irgendwas gut wird. Dass alles gut wird. Ich wusste, dass da da war. Lade meine Schilder auf! Das war jetzt so ein klassisches Round-Play. Da heilt Rona für dich, Dolly. So, Tische. Knuck, 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 knuck. Drei, wir landen, Dana. Wir landen gegen das Team. Wo sind's denn? Ah, da irgendwo, oder? Da drüben ist jemand. Guck mal, ich heiß beim Bunker auch schießen. Irgendwie hab' ich jetzt grad meine Waffen verloren, oder? Da drüben sind's irgendwo. Vergesst du's? Waffen hast du verloren. Ist ja geil. Da drüben sind's irgendwo. Da drüben sind's irgendwo. Ah, da kann ich. Ich kaufe, das hängst, glaube ich. Ich kaufe. Stoke. Stoke. Aber ist das jetzt ein Standard-Stock, oder? Das hab' ich gar nicht gesehen, was das ist. Ja, das... Sagt er mir das nicht? Sagen wir das nicht, aber lesen kannst du. Lesen kannst du das? Meinst du jetzt, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Richtig. Das ist so, fang da an. Wir werden zu vielen Leitungen für euch. Zu viel? Ah, ich geb' dir eine. Da. Dann nimmst du's halt nicht. Was denn? Dämon. Was sollte ich brauchen? Schon okay. Und werfe eigentlich ein Sniper? Nö. Du hast schwere Munition. Du hast schwere Munition. Nö. Ich hab' ja einen Haufen. Alles gut. Ich brauch' grad' Optik-Sensen, Alter. Irgendwie... Mir kommt vor... Oder war das im letzten Game? Oder bin ich schon so dummisch? Ah, dann hab' die Waffen gewechselt. Und hat die... Ne? Die hat auch nix drauf gehabt. Bin einfach zu blöd für das Game. Geh' mir nix aus. Wo gehen wir hin? Wir rennen im Kreis. Geh' mir eine, oder? Geh' mir eine, ja. Ludi, 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 Ludi. Ah! Ludi, 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 Ludi. Okay. Ich hab' was. Der Evo-Schütter hinten. Da unten liegt da, äh... Für mir ein Visier. Aber es wär' so schön. Ich muss es holen. Ah, herrlich. Da ist leichter. Da ist Mon. Nee, Mon ist da. Oh, da nehm' ich die R. Weil... Disco, Disco! Partisani! Ich trage dich nicht, wenn du schlapp machst. Wo ist der nächste Ring? Da hinten. Geht sich das aus? Ja, leider. Gibt's ja nackt. Aber das war's mit dem Plünder. Gibt's ja nackt. Da ist noch Evo. Ich brech' halt für, äh... Da sind die, da sind sie. Die gehören da gerade in die Kästen rein. Da warten, lassen wir's warten bis es aufsprengen. Wart bis, wart bis... Ja, hab mir schon gesagt. Oh, das bist du. Ich hätte gerne Granaten geworfen, hab aber keine. Ja, genau. Den haben wir. Den haben wir. Waaah. Ich komme schon, Dolly. Was ist das? Ich höfst das. Was ist das denn? Das ist eine Mirage, oder was? Ich bin auch hin. Jetzt musstest du es tun machen. Eichkatzl, es ist an dir. Er kommt, er kommt, er kommt. Shot. Boah, das war knapp. Sate. Sate. Alles für ein Eichhörnchen. Alles für ein Eichhörnchen. Aber an Kiel wenigstens. Schön, schön. Ja, und hat Spaß gemacht, ne? Absolut. Dann sage ich, schönen guten Abend an den Chat. Danke an euch zwar für das Bitchspielen. Ja, ich sage ja Danke. Bis zum nächsten Mal. Und es wäre übrigens über den noch. so... ... Vielen Dank.